Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Steinbock, es könnte sich so anfühlen, als ob alle um dich herum eine zielgerichtete Reise antreten oder aufregende Projekte in Angriff nehmen, während du noch darüber nachdenkst, ob das der richtige Weg für dich ist. Die Energie des Tages ist voller Enthusiasmus und Abenteuer, aber es ist wichtig, dass du dich nicht zu etwas zwingst, das dich nicht wirklich begeistert. Nimm dir Zeit, um deine wahren Wünsche zu erkennen, bevor du dich in die Tat stürzt. Die heutige kosmische Ausrichtung ist besonders günstig für alle, die sinnliche Erfahrungen schätzen. Sieh die nächsten Tage als eine Gelegenheit, dich selbst zu pflegen und zu verwöhnen. Behandle deinen Körper wie einen heiligen Tempel und genieße die Freuden der Sinne. Wenn du deine Mahlzeiten zubereitest, solltest du darauf achten, dass sie sowohl deinen Körper als auch deinen Geist nähren. Entscheide dich für frisches, biologisches Obst, Vollkornprodukte und Geschmacksrichtungen, die deine Geschmacksnerven erfreuen. Erinnere dich daran, dass dein Körper ein kostbares Gefäß ist. Kümmere dich um ihn durch Übungen wie Yoga, die auch deine inneren Organe massieren, und luxuriöse Peeling-Bäder mit natürlichen Zutaten wie Hafer und gehackter Birne, um deine Haut zu verjungen. Heute findet eine bedeutende kosmische Verschiebung statt, die transformative Energie in dein Leben bringt. Du kannst die wechselnden Gezeiten und die Gelegenheit für einen Neuanfang spüren. Es ist ein idealer Moment, um reinen Tisch zu machen und neu anzufangen, frei von vergangenen Beschränkungen und Zwängen. Heute bist du vielleicht neugierig darauf, die Geheimnisse deines Liebespartners zu lüften. Es liegt eine gewisse Neugierde in der Luft, und du hast die Chance, ein offenes und neugieriges Gespräch zu beginnen. Auch wenn die Enthüllungen, die du dabei erfährst, vielleicht nicht ganz mit deinen Vorlieben übereinstimmen, bist du selbst schuld daran, dass du die Wahrheit suchst. Sei versichert, dass deine Anwesenheit in diesem Moment sehr geschätzt wird und dass deine Bereitschaft zu einem sinnvollen Dialog eure Verbindung stärken kann. Was deine finanziellen Aussichten angeht, so bietet dieser Monat außergewöhnliche Möglichkeiten für deinen Wohlstand und dein finanzielles Wohlergehen. Dein finanzieller Horizont ist vielversprechend, und du stehst kurz davor, einen bedeutenden Meilenstein in der finanziellen Geschichte deiner Familie zu erreichen. Mit deiner unerschütterlichen Entschlossenheit und klugen Entscheidungen hast du das Potenzial, der erste Millionär in deiner Familie zu werden. Nimm innovative Ideen an und ergreife jede Gelegenheit, die sich dir bietet, denn sie hat das Potenzial, dich zu großem Reichtum und Wohlstand zu führen. Vertraue auf deine Instinkte, behalte die Disziplin in deiner Finanzplanung bei und rechne damit, dass deine sorgfältigen Bemühungen zu bemerkenswerten Ergebnissen führen werden, die deine kühnsten Vorstellungen übertreffen. Halte deine finanziellen Ambitionen hoch, denn dieser Monat könnte den Beginn deines bemerkenswerten finanziellen Aufstiegs markieren. Der Neumond in der Jungfrau verbindet sich harmonisch mit dem rückläufigen Uranus im Stier und unterstreicht, wie wichtig es ist, praktische und realistische Ansätze zu wählen, um deine Träume und Ambitionen zu verwirklichen. Obwohl die Zukunft grenzenlos, hell und aufregend erscheint, erfordert sie sorgfältige Überlegungen und durchdachte Planung, um deine persönlichen Wünsche zu verwirklichen. Der Erfolg hängt von deinem unerschütterlichen Selbstvertrauen ab, auch wenn du bei anderen auf Skepsis oder Zweifel stößt. Deine Entschlossenheit und dein Selbstvertrauen sind dein größtes Kapital. Glaube weiterhin an deine Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden, und gehe den vor dir liegenden Weg mit Begeisterung an. Mit unerschütterlicher Entschlossenheit kannst du deine Träume in die Realität umsetzen. Du schaffst das! Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Das Ast der Schwerter steht für Klarheit, Durchbrüche und die Kraft des Geistes. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute mit geistiger Klarheit ausgestattet bist und das Potenzial für einen bedeutenden Durchbruch hast. Sie steht für eine Zeit der tiefen Einsicht und einer neuen Perspektive. Das Ast der Schwerter ermutigt dich, deinen Intellekt und dein logisches Denken einzusetzen, um Verwirrung zu durchbrechen und Lösungen für Herausforderungen zu finden. Es erinnert dich daran, dass die Kraft deines Verstandes zur Wahrheit und Klarheit führen kann. Neben dem Ast der Schwerter haben wir den Magier. Diese Karte steht für Manifestation, Einfallsreichtum und die Macht, deine Realität zu erschaffen. Sie steht für eine Zeit, in der du deine Fähigkeiten und Talente nutzen kannst, um deine Wünsche zu verwirklichen. Der Magier fordert dich auf, an deine Fähigkeiten zu glauben und deine Ziele proaktiv anzugehen. Er erinnert dich daran, dass du die Mittel hast, dein Schicksal zu gestalten und deine Visionen zu verwirklichen. Schließlich haben wir noch den Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und ein Gefühl der Zielstrebigkeit. Sie steht für eine Zeit, in der du wieder an die Zukunft glaubst und eine Verbindung zu einer höheren Führung hast. Der Stern ermutigt dich, Hoffnung zu haben und an deine Träume zu glauben. Er erinnert dich daran, dass du, wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, Inspiration finden und einen Weg einschlagen kannst, der dich zur Erfüllung führt. Zusammen bilden das Ast der Schwerter, der Magier und der Stern eine kraftvolle Kombination aus geistiger Klarheit, Manifestation und Hoffnung für die Zukunft. Nutze heute die Energie des Ast der Schwerter, indem du deinen Verstand und dein Denken einsetzt, um Klarheit über die Herausforderungen zu gewinnen, vor denen du stehst. Suche nach Durchbrüchen und neuen Perspektiven. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Magiers, indem du proaktive Schritte in Richtung deiner Ziele unternimmst und an deine Fähigkeiten glaubst, deine Wünsche zu verwirklichen. Nutze deine Kreativität und deinen Einfallsreichtum, um deine Realität zu gestalten. Kanaliere die Energie des Sterns, indem du Hoffnung und Vertrauen in deine Träume und Bestrebungen hast. Lass dich von deiner wahren Bestimmung inspirieren und wähle den Weg, der dich zur Erfüllung führt. Diese Deutung steht für einen Tag der geistigen Klarheit, der Manifestation und der Hoffnung für die Zukunft. Lass dich von der Energie des Ast der Schwerter inspirieren, indem du nach Klarheit und Lösungen suchst. Nutze die transformativen Qualitäten des Magiers, um proaktiv auf deine Ziele zuzusteuern. Nutze schließlich die Führung des Sterns, um Hoffnung und Vertrauen in deine Träume zu haben und deiner wahren Bestimmung zu folgen. Erinnere dich daran, dass dein Geist ein mächtiges Werkzeug für Klarheit und Manifestation ist. Wenn du dich auf deine wahre Bestimmung ausrichtest, kannst du Inspiration finden und eine Zukunft schaffen, die deine Wünsche erfüllt. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von geistiger Klarheit, kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern. Kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern. Kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern. Kreativer Kraft und neuer Hoffnung für die Zukunft meistern.